hallo und herzlich willkommen zur dritten folge von captive minecraft zusammen mit der sarah hallo so und dummerweise ist hier nichts weiter gelaufen das heißt die kuh ist immer noch klein ich wundere mich ein bisschen weil ich dachte eigentlich dass wir hier in einem spawnchunk sind aber dem ist wohl nicht so so sage erzähl mal was machen wir jetzt also wir werden uns jetzt erstmal schüsseln suchen habe ich wir werden uns jetzt eine angekraften hast du noch holz und dann oben noch holz es gibt noch sticks vielleicht nicht ich habe gesehen in der folge dass sie noch eine werkbank gemacht hast macht das nicht wir müssen aufpassen das ist mein ernst ganz viel holz hier ich weiß gar nicht wie eine andere zu kraften geht so wie sie aussieht sticks und strings sarah bitte warum habe ich denn so viele seeds her haben wir doch gemacht ja klar stimmt ach ja wir hatten ja so die erde das wasser ich bin zu dumm gehst mir mal so wahrscheinlich mensch sarah warnt mir leid nicht angenommen so ich komme das wird jetzt schwierig mit dem also das ding so klein ist aber ich denke wenn ich mich hier einstelle und nach oben feuer doch das war gerade soll ich mich selber treffen dann genau da klappt es gucken wir warten bis dann fisch an beißt und dann sollten wir ein archiv mit erhalten das ist erst mal kochen recht ich dachte jetzt zack nein warum ich habe zu früh gemacht also der hat ja schon angebissen glaube ich war einfach zu schnell für fisch alter aber man sieht das jetzt immer ganz gut wenn er an beißt sagen du erschreckst die mann weg das hilft nicht die an zu furzen ja ich habe das nicht genau jetzt ja wir haben ja einen sein ein ehr wicke als lachs genau Komm mit, gehen wir runter? Nö, ich glaub nicht. Lass uns runtergehen und packst den Ofen einfach erstmal. Ich hoffe es für dich. Was hab ich mir jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. In den Ofen? Ja. Okay, hab ich. Oh, 10 Level. Mal gucken. So ausnehmen? Ja, okay. Perfekt. Und es geht weiter. Kommen wir jetzt schon da raus? Ja. Weg dir. Oh Mann, Tim, ich wollte die Kiste gucken. Wo? Welche Kiste? Da kommen wir noch nicht ran. Nee. Oh, da ist eine Kiste. Das ist ärgerlich. Okay, wie tief können wir? Mal gucken. Darf ich den Fisch jetzt essen? Ja. Okay, auch nur bis hier. So viel bringt es das nicht. Wir sollten aber hier einfach weiter anknüpfen. Weiter nach unten. Und dann haben wir auch in den Kommentaren gesehen, dass wir uns die Weins einfach abmachen sollen. Von unten. Mit einer Schere. Anni, du hast schon eine Schere gemacht, ne? Ich hab eine Schere. Das kannst du mal machen, wenn du willst. Und ich werde dann schon mal hier einfach weiter nach unten buddeln. Ich hab meinen Wassereimer, das heißt... Lass uns mal... Ich schaff's vielleicht nicht, runterzufallen. Noch... Oh, ich muss nicht alles. Ähm... Das mit den Schienen versuchen. Ich sammle noch mal ein paar Schienen, wenn ich welche finde. Oh Gott. Ich stehe einfach ein Creeper vor mir. Einfach so. Da gar nicht. Na ja, ich... Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich kann mal eine Kiste ran, Tim. Und hier haben wir... Ich baue mich einfach runter. Tim, wir haben ein Sting. Wann auf Arthropods 2 und Unbreaking 1. Ein was? Ein Sting heißt das. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Ist das noch ein Skelett? Ne. Hier war das. Ein bisschen Angst. Oh. Ich hab heute eine Schlucht. Tschüss. Würde ich bauen. Weil ich will nicht sterben. Aber... Doch, wenn ich in Lava steppe. Das wäre doof. Aber ich werde nicht in Lava sterben. Oh, krüppern. Bist du auch hier? Ah ja, da oben über mir. Ja, ich bin eine über dir. Ich suche noch nach Schienen. Ähm... Haben wir noch ein bisschen Heim? Haben wir welche... Ah ja, wir haben welche gefunden, ne? Ja, ich hab jetzt vier und wir müssen oben noch welche haben. Reicht das nicht? Also wenn wir so einen Kreis bauen? Doch, bestimmt, aber... Wollen wir noch alles zusammensuchen. Dann größer vielleicht. Vielleicht kriegen wir ein Herz hin oder so. Okay. Lava haben wir noch nicht gefunden, ne? Die hören wir nur die ganze Zeit. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie zu weit weg ist. Echt jetzt? Ich weiß es nicht, aber kann sein. Bist du ganz unten? Ich bin ziemlich weit unten, ja. So, Tim, ich sag's jetzt noch einmal. Oh, gibt's Wasser? Was denn? Wenn du Clay siehst, nimm den mit. Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Lass sie auch immer reden, oder? Oh, hier sind Weins. Hast du schon Weins abgebaut? Nein, ich komm. Weißt du was? Ich mach mir noch eine Schere. Nein, Tim. Bitte. Eisen. Wir haben voll viel Eisen. Nein, haben wir nicht. Dann nicht. Wir haben die beide nicht mal Full Iron. Ja. Full Iron. Wo bist denn du? Ganz unten. Ah, du kannst, guck mal. Du kannst einfach die Leiter runter droppen. Ja? Und vielleicht setze ich dann Wasser für dich hin hier. Bin schon auf dem Weg. Dann haben wir aber noch ein bisschen Eisen, das du natürlich stehen lässt und nicht mitnimmst. Ja, Eisen. Hier unten ist auch Eisen. Du nimmst mit. Und Clay auch. Ja, hier ist Clay. Achso, das ist zwei weg. Ach, du bist schon da. Du sollst hier runterfallen, Mann. So. Das wäre lustig, eine Idee. Sorry. Oh, der backt da rum. Oh Gott. Geht's? 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 Geht's, danke. Vielleicht der helfen gekommen. Aber auch nur vielleicht. Das sah so aus, als könnte ich mich hier rein. Ich habe mal im Single-Pair ausprobiert, einen Enderpol zu werfen. Hinter den Border. Aha. Und das ging. Oh. Man kann doch nichts abbauen. Aber es ging. Ey. Also ich habe jetzt 23 schon. Dann könntest du dich einfach hier hochbauen damit. Ja, ich wollte hier nicht noch hochbauen. Guck mal, hier, das kannst du auch abbauen. Achso, das ist ja schon die Regler, wo es sein soll. Dann werde ich mal... Ach nee, ich baue mich einfach weiter runter, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. So, zeig mir nochmal kurz das Loch. Hier. Oh Gott, kannst du das kurz umzubauen? Oh, danke. Danke. So. Oh, ich habe Angst. Ich werde runterfallen. Hier soll ich mich hochbauen. Oh, Spawner. Noch einer? Oh. 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 Oh, nein. Oh Gott. Wir werden beide sterben. Danke. Geilo. Beste Idee ever. Wir können es aber ins Loch droppen, glaube ich. Ja, willst du reingehen? Achtung und... Ja, ich gehe lieber erstmal noch jede Treppe runter. Oh, okay, jetzt sind tot. Warte jetzt schnell nur Fackel setzen. Okay. Nee, du kannst ins Loch droppen. Das geht. Nee, ich bin runtergegangen. Ja, unweilig. Das ist mir noch zu neu. Na, Routine. Lass mich das an. Das geht nicht. Ich habe kein Schwert und die ganze Zeit schon. Hey, du spielst runter, ey. Du brauchst viel zu lang so. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Vor allem finde ich den Weg nicht. Mache ich gerade eine Kiste. Nein, du machst dir keine Kiste aus unserem Haus. Nein. Nee, nee. Ich mache... Ich baue nur eine Kiste. Äh, ich setze nur hin, weil du hast Kisten dabei. Ja, guck doch. Ich kann da nicht hoch. Ich komme hier nicht durch. Ich kann den Blocker mit der Hand drauf. Jetzt da. Hi. Achtung. Äh, so. Mann, das Wasser ist da echt doof. Ich baue das doch mal weg. Tim, das sind ganz viele Zombies. Wo? Warte. Hinter dir. Die spawnen echt ohne Ende hier. Hey, leckt es? Hallo? Oh, ich stelle es gerade ab. Geil. Ah, verdammt. Hallo? Tim? Ja? Ich... Du bist gestorben. Nee, bin ich nicht. Doch. Du joinst gerade das Game wieder. Hä? Ich bin gestorben? Ja, vom Zombie. Musst du gerade alles mit der Hand töten. Hä? Haben wir unsere Sachen jetzt verdoppelt? Nee, sind meine Sachen hier. Wo hier? Bist du gestorben? Nee. Nee, du bist gestorben. Ich bin nicht gestorben. Willi, steht doch im Chat. Du hast einmal gejoint, gelaptet. Und ich bin gestorben? Ja. Nein, ich habe auch meinen Sachen noch. Und ich bin hier unten. Hä? Du machst nicht zufällig, dass von eben wo beide gestorben sind. Nein. Denn ich sterbe schon wieder. Ja, lass uns mal hier abhauen. Irgendwie spawnen hier so viele Zombies. Ja, das ist auch ein Spawner unten. Ja, unten. Aber wahrscheinlich hier oben auch überall. Oh Gott. Also, ich bin nochmal gestorben, ja? Ja, ich sterbe. Das ist echt komisch. Hey, ich bin eigentlich auf dem Server, wenn ich Tab drücke. Hä, was soll denn das? Jetzt bin ich da. Jetzt bist du wieder drauf. Und? Richtig komisch. Komisch. Keine Ahnung. Na ja. So, dann. Oh, super. Ey, du sagst, ich soll runterspringen. Ey, ich hatte null Tode. Und jetzt stelle die ganze Zeit. Ähm. Hier. Jetzt aber bitte ein paar Wein. Das sind die ganzen Runden gefallen. Äh, das sind die ganzen Runden gefallen. Ja. Kann ich? Warte. Oh. Ist auch einiges los. Nein, kannst du nicht. Oh, warte. Ich glaube, ich kann was machen. Achtung, Tim. Achtung. Ja. Achtung. Oh, gebreitet. Ja. Geil. Geil. Was? Was? Hä? Alter, ey. Was ist los, ey? Ja, extra. Ich spring wieder runter. Jetzt, Sarah, lass das. Ah, ich bin echt tot. Ah, Tim. Ah. Nein. Jetzt liegt... Die Zombies haben nur die ganzen Sachen, Tim. Leute sind richtig stark, Mann. Egal. Passt schon. Wir müssen einfach nur auf genug reinspringen, sonst sind wir tot. Jetzt zieht einfach die Rüstung an, ey. Dann spring du mal zuerst, und wenn du stimmst, springen die da her. Oh Gott. Das dauert richtig lang, aber... Lass uns... Na, ha. Ne. Verdammt, was? Wollen wir ein neues Schwert machen? Ey, wir müssten doch vielleicht in den Kisten noch was haben. Und ich guck hier mal. Nur eine alte Spitzhacke. Ich nehme einfach eine alte Spitzhacke mit. Ich hab ein Steinschwert dabei. Oh Gott, ey. Oh, super, ey. Richtig stark. Oh, Mann. Ich hab eine, ich hab... Sehr gut. Ich hab eine, hab ich. Der andere sollte auch tot sein. Was? Echt? Ja, ja. Ich hab gleichzeitig in dem Moment, jetzt gestorben bin. Nein, nein! Was? Oh Gott. Da ist ein Creeper mit reingesprungen. Aber der ist gestorben, warum auch immer. Lol. So. Kann ich hinterher? Ja, komm. Oh, nein, die spawnen hier wieder. Achso, wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser ist die Fakten weggegangen. Kommst du runter? Ja, hi. So, dann nimm dir mal die Sachen aus der Kiste. Wenn du da weggehst, kann ich da rein. Tim! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich komm jetzt ein letztes Mal runter, ja? Ja. Ja. Komm. So. Geh da weg, ich kann mich an die Gisse. Hast du noch mein Schwert? Ich hab dein Schwert, ja. Kannst du mir ja das geben? Witzhacker oder so? Hä? Hast du... Warte, ich packte alle Sachen in die Kiste. Okay. Hopp. Wo sind die Weins? Okay. Wir hatten mehr Weins. Ich hab 64 noch. Ich brauche mich jetzt hier hoch. Ja, dann nimm mal die Sachen aus der Kiste mit. Ich kann hier nix bauen. Mist, dann muss ich das an der Seite machen. Ah, das ist echt doof. Äh, bist du voll? Äh, ungefähr, ja. Also, jetzt bin ich voll. Warte, dann nehm ich... Kannst du mir Koppel geben eben? Ach, wegen dem Border kannst du mich setzen? Ja. Ja, das passt schon. Und das... Das wächst ja eh, das heißt, hier wird überall dann Wein sein. Oh, Creeper. Das muss ich erstmal ewig lang abbauen. Ey, die Zombies sind richtig anstrengend. Richtig nervig. Ja, die spawnen dahinter irgendwo. Wo auch immer. Oh, das reicht nicht bis oben. Hast du noch Weins? Ich hab noch Creme. Oh, da sind Zombies. Der Creeper. Komm nicht ganz hoch. Ich find das Loch nicht mehr, muss ich grad so hin. Oh. Hast du nicht? Nein. So viel Mobs aber, das ist echt krass. Okay, das ist halt auch eine einsame Insel. Das heißt, die spawnen nirgendwo sonst. Du findest das Loch nicht? Nein. Ich laufe hier ganz richtig dumm rum. Oh Gott. So. Halbes Herz. Ach. Ja, es geht fast bis ganz nach oben. Dann werde ich nach oben gehen. Die Folge ist schon wieder fast vorbei. Krass, ey. Lel. Ich hab nichts gemacht. Nur gestorben. Nur gestorben. Hey, doch sind zwei Achievements. Zwei Achievements bekommen. Stimmt. Nein, nein. Ich guck mal, was so als nächstes ansteht. Achso. Oh, wir können die gelbe Rolle, äh, die, äh, gelbe Stain Clay abbauen. Ich hab den, ich hab den Weg gefunden. Wo gehört das hin? Das können wir nämlich noch machen in der Folge. White Stain Clay. Yellow Stain Clay. Achtung. Möchtest du dabei sein oder da bist du jetzt? Ich bin gleich da. Dann warte ich. Danke. Dann packe ich kurz ein paar Sachen in die Kiste. Wir sollten Kisten sortieren. Crab Kisten. Mach du das mal. Danke. Okay. Was ich auch machen kann, ist das hier. Äh. Eisen. Hast du Eisen? Ganz viel wahrscheinlich, ne? Ja, 28. Oh, Skelett. Da. Oh, nicht. Nein. Boah. Tim. Ne, ich dachte schon, das tötet unsere Kühe. Hat's aber nicht. Dann brede ich doch mal. Liebt euch. Jetzt kannst du machen. So. Wacht doch. Willst du oben gucken, was kommt? Oder? Ja. Okay. Bist du bereit? Warte, warte, warte. Jetzt. Eins, zwei, drei. Wooo. Und? Oh, Katzen. Aber die kommen runter. Oh, hi. Ja, die fände mir kein Falsch an. Hä? Wo's? Aber, was bringen die? Ja, wir können die tamen oder haben wir Katzen. Ja, cool. Und vor allem können sie auch kriegen. Ah, nee. Doch. Ja, um Creeper wegzuschrecken zum Beispiel. Ja doch, das wäre echt ganz cool, weil die könnten wir einfach hier platzieren. Und dann würden hier keine Creeper angreifen. Aber die hauen halt ab, ey. Aha. Die sind richtig aufgeregt, glaube ich. Guckst du dir böse an. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja, dafür müssten wir halt was angeln. Ähm, angeln ist immer so lästig. Ups. Mann, was machen die denn auch? Können die nicht mal ruhig sein? Ähm. Nee, nee. Ach so, die hauen ja vor Leuten ab. Vor Menschen. Stimmt. Echt? Ja, ja. Das sind ja noch wilde Ozzelots. Ozzelots. So, ich angle jetzt. Ganz angestrengt. Okay, ich sollte hier ein bisschen die Kisten. Okay. Na? Ich hätte gedacht, es geht schneller, weil du nicht da bist. Aber. Nicht, wird nichts. Scheint sie doch anzuziehen. Äh, siehst du mal. Scheint sie doch. Ach so. Äh, äh. Wiederhol es einfach nochmal. Ja, das heißt, angelt wie. Hös? Äh, äh. Wir können auch sonst, äh, mal gucken, ob wir. Zack. Was? Ich hab, ich hab ne Waterbottle geangelt, Mann. Ja, du kannst da alles mögliche raus angeln. Ja, ich weiß, aber, aber Fische sind auf jeden Fall viel, äh, häufiger als dumme Waterbottles, halt. Oh, der nächste direkt. Oh, noch nur Waterbottles gibt's doch nicht. Ich mein, das ist einfach ernst. Ist doch lustig. Lustig. Lustig, ja, ja. Du kannst mal oben die Schafe scheren. Wenn du Lust hast. Sofort, Tim. Erst sagst du, ich soll dies machen, dann sagst du, das machen. Ja, mach einfach alles, Mann. Okay. Ich hab übrigens die vier Rails geklaut. Und ist halt die Frage, ob wir, ah, jetzt hab ich nen Fisch, da irgendwas bauen wollen, äh, damit wir wirklich automatisch im Kreis fahren, mit Powerrails und so. Aber das kostet ja auch nochmal Eisen. Oder? Doch, sechs Eisen sogar. Nee. Gold. Ich weiß grad gar nicht. Ich verwechsel das immer mit normalen Rails und die Tape-Rails und so. Aber ich mein, das kostet Gold. Ja, müsst du Gold kosten. Ich würd sagen, ich angle drei Fische. Und... Okay. Ja, ich kann mir auch nen Schädiger. Und dann können wir versuchen, ne Katze zu zähmen. Oh, der Fisch kommt. Nein, doch nicht. Was? Move. Hä? Ist ja ran hier. Hallo? Sarah? User in deinem Channel. Ach, und jetzt? Nein. Nein. User was geflogen ist. Hallo. Du schreibst einfach im Chat Move und warst nur in meinem Channel bei mir. Ich denke, dass du warst. Ja, ich bin hier Timer-Hautet und du laberst und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt Timer-Hautet bin. Ich kann das Schaf hier nicht scheren. Hä? Ist du weit weg? Geht aber nicht. Hä? Ich bin so doof. Es geht einfach nicht. Ja, warum bist du doof? Wenn du mich fragst. Ja. Würde ich natürlich auch sagen. Oh. Was? Mann, ich verstehe das nicht. Bin ich da zu langsam? Oder ist es einfach so, dass man manchmal nicht ankennt? Kann ich mal die Schere haben? Äh, ja. Gut. Nicht planschen. Hast du gesehen, wie das geht? Hä? Nur eine Wolle? Sag, wann kriegt man nur eine Wolle, wenn man eine Schafe schert? Was? Weiß ich nicht. Hast du... Hast du... Bowls? Ja, eine Kiste. Kannst du mir die eine Kiste zu werfen, die du bekommen hast? Ja, wie lange bist du schon auf? Ja, schon eigentlich zu lange, aber ich möchte jetzt noch einen Fisch angeln. Okay. Und dann werde ich in der nächsten Folge den ersten Versuch wagen, meine Katze zu zähmen. Oh. Okay, jetzt habe ich zwei. Ich würde sagen, einer ist noch drin, weil das jetzt zu schnell ging. Okay. Ja. Ja, Sarah. Vielleicht geht auch Potato. Können wir die nicht anpflanzen? Was? Was für eine? Das sieht so dieses... Vergiftet aus. Ne, vergiftet kann man nicht anpflanzen. Ja, aber da steht Regular Potato. Aber das sieht halt... Sieht vergiftet aus. Irgendwie vergiftet aus. Jetzt habe ich drei. Ähm, ja. Nicht gut. Glaube ich. Aber wenn sie nicht vergiftet heißer ist, dann ist sie noch nicht vergiftet. Doch, ist vergiftet. Also doch, okay. Lol, die heißt halt wirklich Regular Potato. Von den Map erstellen dann wahrscheinlich so. Na gut. Ja, jetzt habe ich drei Fische. Und wir haben wir dann in der nächsten Folge... Fahrer? Oh Gott! Was? Creeper! Hast du das nicht gesehen? Nicht gehört? Nee. Es hat richtig gezischt. Ich denke mir so... Ich denke mir so, im nächsten Moment wird was explodieren. Aber der ist hier einfach richtig dumm wieder runtergefallen. Lol, ey. Wir müssen echt aufpassen. Ich werde das hier einfach mal zumachen, weil... Ich wollte gerade sagen, wir haben hier die Leiter da. Genau, wir haben die Leiter. Damit hier nichts rein kann. Aber die Katzen sind ja unten. Das ist natürlich doof. Aber wir werden wir in der nächsten Folge suchen. Okay. Ja, die Leiter können ja auch hochklettern, wenn sie es gut anstellen. Aber das ist unwahrscheinlich. Na gut. Dann war es das. Wir hoffen, dass es euch gefallen. Dann würden wir uns bei einem Wert und freunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!